Yo, servus meine Damen und Herren, ich bin am 8.12. im Club Lusthaus in Harkam Hausrock, okay? Und wie gesagt, diese ganze Sache wird präsentiert von meinem Mann Andreas Leitner. Geht auf www.lusthaus.at und da werdet ihr alles erfahren, aber ich sag's euch nochmal. 8.12. Club Lusthaus in Harkam Hausrock, okay? Mein Name ist K1, ich werde an diesem Tag nicht alleine kommen, nein, mein schwarzer Bruder Emory aus Hamburg to the fucking cities mit von der Party und wir werden richtig hammer viel Spaß haben. Also, ich hab hier noch ne kleine Sache, die werde ich an dem Tag natürlich mitbringen und von diesen Shorts 5 Stück ins Publikum schmeißen. Das sind meine ganz neuen Shorts, es geht von Cannes nach Sönn bis San Tropez. Okay, Leute, wir sehen uns in Österreich, Alter, ich freu mich mega auf euch. We make the champagne rain on you, mein Name ist K1 und ich freu mich. Peace!